Landwirtschaft in Skandinavien ist ein mehr als dreistündiger, unabhängiger Dokumentarfilm, der sich mit der Agrarproduktion in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland beschäftigt. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein haben die Filmemacher Jörn und Hammogleser Landwirte und Lohnunternehmer bei ihrer Arbeit begleitet und dabei oftmals an einzigartigen Orten gedreht. Verfilmt wurden Dutzende authentische Landmaschineneinsätze mit Traktoren zwischen 80 und 650 PS. Darunter auch einige Youngtimer und Exoten. Ein Filmsprecher liefert umfassende Informationen zur Landtechnik genauso wie den Agrarbetrieben und den Herausforderungen vor Ort. Erhältlich ist Landwirtschaft in Skandinavien ab sofort als Doppel-DVD und als 4K-Videostream über farmworld.tv. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.